Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß, es ist schon lange her. Das sage ich, ich bin jetzt auch schon zum hundertsten Mal in jedem Video. Aber ich versuche euch wieder ins Zeug zu halten. Heute gibt es eine 23er-Bomb in Warsaw und das Video ist schon etwas älter. Deswegen verzeiht, dass die Grafik auch so krank scheiße ist, um es auf Deutsch zu sagen. Weil ich habe es einmal von Twitch heruntergeladen und geschnitten. Ich hatte Probleme gehabt. Es könnte auch leicht asynchron sein. Ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem. Ich werde jetzt gleich das nächste Video aufnehmen, denn ich habe noch ein Paket von RGS bekommen. Wer RGS nicht kennt, das ist eine Trading-Firma hier in Deutschland. für Spiele. Also, wenn ihr Bock habt, ich komme beim nächsten Video wieder vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao. Okay. Lass mal hier, äh, die können landen, ne? Ja. Koni ist dafür vor uns geframed worden, dass da gelandet ist. Ja, da sind wir aber auf Dings gelandet. Das ist was anderes. Auch Dings gelandet. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Über mir ist einer, ja, Romo. So. Da, 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 da wird Raketenwerfer, Jungs. Bei mir läuft einer. Ja. Da schießt nicht auf mich. Hat die auf mich geschossen? Ja. Na, 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 über die ist einer gelandet. Achso. Einer genockt vor mir. Oh, ich bin von oben. Da unten ist noch einer. Da unten sind noch welche, glaube ich. Ja, ja. Da habe ich einen genockt gehabt. Der hat schon wieder arrived. Eindeutig doch. Recht. Wollen wir direkt Lodi holen? Ja, die haben hier auch einen Lodi. Da werden die bestimmt gleich wieder landen drauf. Oder auf dem Dach landen, ne? Hier, Bach. Oh, komm, komm, schau'n. Ich leg Geld, ich leg Geld vor den Dings. Sorry, habe ich so gestiert, Alter. Reicht nicht? Braucht Geld, Koni? Wo landen, der scheint Lodi, Alter. Oh, na, da spielen wir wieder. Oder fallen noch. Oh mein Gott, hat der kassiert. Die kommen in einer One-Hit drinnen. Außen sind Leute gelandet. Ach, ja, komm, schau'n. Nein, klar. Wartet, bis Koni wieder da ist. Ich mache jetzt einen Longshot mit dem Dings. Auf dem Dach landet er. Da sind mehrere auf dem Dach. Ich bin hoch. Oh, habe ich einen Sheeprake gemacht mit Raketenwerfer. Aber noch. Habe auch einen genommen. Okay. Bei mir ist noch Jubeltrubel. Tone, 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 Tone. Könnt ihr auch für ein ganzes Moni-Hit zusammen. Ich habe noch einen Schuss. Habe einen Sheeprake gemacht. Ah, das ist schon. Da lasst du gerade mal. Ich brauche noch was. Hab noch einen. Einer vor euch. Der ist ein Alba, könnte ich gebrauchen. Ich habe noch drei Schuss. Der rennt irgendwo vorne rum noch. Ja, Mann. Ja, ja. Von hinten, von hinten noch. Vor uns, vor uns, vor uns, vor uns. Ist vorne rein, ist vorne rein. Weck grün. Ey, wisst ihr was? Ich habe jetzt schon elf Kills. Hier, hier, hier. Nee, sind runtergesprungen. Noch einer, oder? In der Ecke vielleicht. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Geht down. Singt der eine da oben, oder ist der da auf der... Singt der? Wie hörst du das? Nee, der sitzt da einfach. Da springt einer. Da springt, ist einer das Haus. Da, halt. Markiert, live ping. Ah, lol. Der ist genockt, Alter. Oh, was ist das? Ne, ne, ne. Oh, hier, über uns. Achtung. Halt, ob das nur ein Schiebbrück war, Bruder. Ich war auf dein Kopf. Was ist das? Ey, push, push den mal. Oder so, keine Ahnung. Danke. Ich habe gerade übelst recht fett fingert. Ja, gut. Koni hat sich einfach eine Mini gegönnt. Er dachte, die gucke ich mir mal genauer an. In gelben oder grünen Haar. Ich kann mal dringend. Ist rechts außen. Hier unten. Ich bin hochgerannt. Kommt noch einer. Oh mein Gott. Hier ist noch einer. Nein, das ist vorne, das ist vorne. Bitte, Basti. Oh mein Gott. Unter uns, unter uns kommt einer hoch. Noch einer, noch einer, noch einer. Warte, ich muss kurz platzen. Ja, alles gut. Ah, das ist den Termin. Jo. Ist er noch hier? Nee, ist gestorben. Achso. Oh, ich habe seinen Kopf gesehen. Den Limmig muss man stürmen. Einen habe ich gedauert. Noch eine, Achtung. Ist gedauert, gedauert. Der geht direkt auf Finish. Scheiß dänischen. Genau über uns. Ja, push den, push den. Ich lande auf dem Dach. Falls ihr aufs Dach rennt. Warte, ich habe einen Cluster. Verbündeter Clusterschlag näher. Der ist genau über uns. Okay. Okay. Wir rennen den einfach rum. Ich sterbe mir jetzt nicht, aber keine Auge. Du kannst es schaffen. Ist genockt. Ist tot. Oben Security. Security ist doch da unten. Ja, Control. Vertausch ist immer. Oh mein Gott. Ich habe einen. Sind die vor uns oder wo sind die oben? Links, links, links. Dort. Richtung 254. Dort an der. An Rot. An Rot. Hab ich einen genockt. Hab einen genockt. Noch einen genockt. Ich habe noch einen. Ey, Jungs. 21er Bomb. Kann ich den letzten noch haben? Jo, der ist aus Kontroll. In Kontroll ist der drin. In Kontroll ist der drin. Oh, die landet noch einer. Noch einer. Oh, der ist. Oben, oben in Kontroll drin. Oben. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich habe ihn doch erst da unten. Ich gehe mal aufheben. Komm, Tim, ich komme. Ich habe ihn gedauern. Wo ist noch einer da? Ja, einer drin. Immer noch über mir, über mir. Ganz oben, oben da. Überhaupt wieder. Kann mich jemand holen? Ich bin im Haus drin. Jo, ich komme zu dir. Ich hole dich. Von draußen beschossen. Jo, von dem von gerade eben. Ich hole dir mehr. Hinter uns unten, Coni. Ich habe ihn knocked. Schön. Am Schop, am Schop. Hinter dem Schop, hinter dem Schop. Oh Gott. Ich habe noch einen 23er Bombe. Let's go. Die AK ist so huge, Mann. Es ist krank. Fast 7k Schaden, ey. Ich sehe da 1.5 Kills, Alter. Ich sage dir, Mann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.